Das erste große Moment war natürlich der Aufstieg von der Dritten in die Zweiten Liga. Das war so auch für mich mein erstes so richtig großer Erfolg. Und dann klar, die Aufstieg war natürlich auch ein sehr, sehr großer Hochpunkt. Und dann das erste Jahr in der Bundesliga, wo wir die Champions League geschafft haben. Das waren so drei von den großen Hochpunkten, die man sich in sechs Jahren immer wieder zurückerinnern kann und immer darüber lachen muss. Untertitelung des ZDF, 2020